Entschuldigung? Ja? Sie haben gerade diese Elektroschocker im Angebot. Ich kenn mich nicht aus damit. Wofür genau kann man den einsetzen? Ja, damit können Sie sich zur Wehr setzen. Ja, wenn Sie zum Beispiel nachts über eine Straße gehen und Ihnen wird aufgelauert, dann können Sie sich damit verteidigen. Ganz einfach. Und das funktioniert? So einfach? Ja, passen Sie auf. Hier, Sie schalten das Gerät hier ein. So, und dann Achtung. Ja, damit setzen Sie jeden Angreifer außer Gefecht. Das ist sehr einfach. Aber ich bin ja nachts eigentlich nicht unterwegs. Ja, aber das kann man immer so brauchen. Vielleicht wäre das was für Ihren Mann. Für meinen Mann? Das ist eine gute Idee. Ja, bitteschön. Widerschauen. Wiedersehen. Manfred? Ja? Ja? Schuss! Ist das denn da? Ist das denn da? Ist das denn da?